Ihr habt Interesse an diesem oder anderen günstigen Spielen? Schaut mit dem Link in der Videobeschreibung bei Gamesplanet vorbei. Ich habe zweieinhalb Stunden aufgenommen und wenn ihr euch das so angeguckt hättet, wäre es kotzelangweilig gewesen, wirklich. Und das Schneiden macht dieses schnelle Geschnittene, das ist wirklich zack, 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 hinter Sache, hinter Sache. Das macht das Video ja erst interessant und deswegen wirkt das Video auch interessanter. Und wenn ich jetzt so was nehme für Simple Planes, wo ich die ganze Zeit ersitze und dann passiert einmal in einer halben Stunde irgendwas, wo es interessant ist, das reicht nicht. Das ist diese Stelle. Die versuche ich ja auch momentan noch perfekt zu treffen. Du kannst ja mal World of Subways Version 4 spielen, du willst es nicht glauben, da steht Tatsache auf der Liste drauf. Ja. So, welchen Bus soll ich repainten? Am besten den Zitaro G, wie gesagt. U-Bahn, das wäre toll. Ja, ich muss mir noch ein U-Bahn-Spiel suchen, das ich noch nie vorher gespielt habe. Wenn ihr wisst, was ich meine. Weil sonst, wenn ich einfach einsteige und fahre und fertig, dann... Mäh. Langweilig, finde ich. Meine Meinung. Hashtag meine Meinung. Äh, deswegen... Ich muss mir noch irgendein Spiel suchen, was... Wo, dass ich wirklich noch nicht gespielt habe, wo ich keine Ahnung von habe. So. Übrigens, ich sage euch eins, das Licht macht es nicht einfach, hier zu gucken. Das ist so ein übertriebener LED-Strahler. Warte, ich versuche euch den mal zu zeigen. So, guten Tag, guten Tag, guten Tag. Ich kann deine Gedanken lesen. Raus aus meinen Gedanken. Warte, ich denke jetzt was ganz Schlimmes. Ah, Gedanke ist wieder weg. Oh, zum Glück. Das ist die Frau von Stiel. Ja, ja, Schnauze. Okay, warte, hier. Da ist das Licht. Das ist so ein LED-Scheinwerfer. Kann man es erkennen? Ich glaube schon. Ich habe mich jetzt auf Amazon geholt. Einfach nur genial. Fahr jetzt Innsbruck. Später, ganz ruhig. Ganz ruhig, ich habe eine Idee. Später auch auf In... Später auch in Innsbruck. Ha, habe ich jetzt ganz frech in den Stream-Titel geschrieben. Bin ich nicht in den Arsch? So, Änderungen werden gespeichert. Äh, ja. Was denn? Brems! Okay. So. Ach, der Trambanerblock ist da. Guten Tag. Was denn? Ich habe das Licht an. Okay, okay. Ist okay. Gut. Ich muss recht zurück. Jetzt will ich gerade wieder was trinken anfangen. Hier wieder los, die Pisser. Die Arschgang neben mir fährt wahrscheinlich auch los. Oh Gott, diese Stimme. Diese Scheißstimme. So. Von dem Bus einfach nichts kommt. Wo sind wir denn bei der Frame-Rate momentan? Ich hatte ja zum letzten Mal einen Tag, da ist um sie mit über... Oh, 60 Bilder, die Sekunde haben wir. Ja, dann kann man doch mal ein bisschen was drauflegen. Oh, oh. Das war keine gute Idee. Schmuddelwetter. Bams! So. Ein bisschen Ambiente reinbringen. Äh. Du bist so still. Wie meinst du? Ach so, Traktops. Ja, ja. Der muss sich auf den Chat konzentrieren. Das ist ein ganz fleißiger Mitarbeiter. Und ein ganz lieber nebendrein. Und der hat wahrscheinlich zu viel Alkohol getrunken. Ich hätte jetzt auch gern Alkohol. Aber es ist Feiertag. Christi Himmelfahrt. Da darf man ja kein Alkohol trinken. Am Arsch. Äh. Okay. Ken zu Spor. Ja. Was ist das für ne Map? Ähm. Alheim-Laurenz. Warte mal. Ich kann mir das immer noch nicht merken, wie er jetzt richtig heißt. Okay. Alheim-Laurenz-Bach. Okay. Ich sag immer Berg aus Versehen. Deswegen. Äh. Ja. So. Warum nicht, Felix? Was? Warum nicht? Äh. Jetzt ist hier aber Schlag auf Schlag auf Schlag. Ach. Wir sind an der Viktoriastraße. Äh. Machst du auch mal ein Let's Stream together mit kleineren YouTubern like me. Ich hab da was geplant. Aber. Noch nicht. Später. So. Ah. Jetzt machen wir aber voll was unspektakuläres. Wir machen jetzt. Wir machen jetzt Gymnastik. Okay. Warte. Ich mach das mal gerade aus. Wir machen jetzt alle zusammen Gymnastik. Wäre ich jetzt mal ganz hart dafür. So. Macht einfach alle mit. Ne. Machen wir nicht. Äh. Okay. Äh. So. Übrigens. Ich hab jetzt hier auch so ne neue Matte vor meiner Tastatur. Warte. Ich zeig euch das mal. Uh. Das ist mein Schreibtisch. Und ich hab mir hier so ne schöne, schöne Matte gekauft. Die liegt jetzt hier so vor der Tastatur. Neben meinem normalen Mauspad. Und dem anderen Mauspad. Da ist übrigens mein Handy. Das ist sehr, sehr angenehm. Und jetzt sind doch die ganzen Katschen auf dem Tisch weg. Einfach verdeckt. So. Okay. Der Simo-Freak. Guten Tag, dich habe ich aber auch schon länger nicht mehr gesehen. Oder kommt mir das nur so vor? So, jetzt im Hintergrund later gerade. Das ist hier so ein bisschen was kaputt. Oh, oh. Ah, verdammt. Es lädt. Ja, ich bin ruhig. Hallo. Ja, meine Damen und Herren, das war es mit Omsi. Das ist gerade mal richtig schön abgedampft. Meine Fresse, ey. So. Ich hatte gerade viel in der Schule zu tun. Ah, okay, ja. So. Ihr seht nichts vom Spiel. Soll das so? Ja, natürlich soll das so. Es ist hässlich, was hier gerade passiert. Ihr seht gerade. Oh, sie. Bestes Spiel der Zeiten. Entschuldigung. Äh, Moment. So, Grundorf. Da. Okay. Und los geht's. Laden. Und ich bring nicht nochmal den Osama bin Ladenwitz. Der ist immer noch schlecht. Du bist mein Lieblings-Youtuber. Nur um den Stream zu sehen, bin ich nicht mit meiner Familie Eis essen gegangen. Hab's bescheuert. Das kannst du doch nicht machen. Okay. German Trucker 72. Huhu. Äh, bitte nicht Grundorf. Doch, natürlich Grundorf. So. Bämst. Grundorf. Ups. So. Grundorf, meine Damen und Herren. Das hier ist Grundorf. Grundorf. Ähm. Tag. Nein, das ist natürlich Innsbruck. Ja, Innsbruck. Äh. Okay. Er fährt jetzt nicht ernsthaft Grundorf. Oh. Ich werde jetzt gerade schon gelünscht. Ja. Okay. Nee. Nee, 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 nee. Innsbruck. Ha. Äh. Meinti Hiu. Ach so, okay. Guten Tag. Okay. Wir fahren natürlich mit dem Solaris. Ihr wolltet ja alle den Solaris. Und mit dem fahren wir jetzt hier runter. Statt dem U ein I. Hi. Guten Tag. Äh. 18 mit vier Türen. Vier Türen. Mit dem C2. Nein. Nein, nein. Ihr wolltet alle immer den haben. Jetzt fahren wir den auch. Ich muss nur gerade mal. Ich zeige euch jetzt mal, wie man das hier macht. Ja. Also ihr geht in euer Steam-Verzeichnis. Rechtsklick, Eigenschaften, lokale Daten, Dateien durchsuchen. Dann zieht ihr euch den auch mal rein. Dann geht ihr unter Vehicles. Und dann geht ihr einfach hier unter irgendwie. so ein Dings, wo sehr wahrscheinlich, Scheiße, Mann, ich muss gerade nach Time stallen. Da ist das Innsbruck-Hof. Das geht ihr einfach dahin. Geht in den Solaris. Äh. Geht in den Solaris. Und kopiert das dann hier mit rein. Und, äh, wenn ihr das gemacht habt, wählt ihr einfach den Bus neu aus. Und dann müsstet ihr Innsbruck installiert haben. So schnell geht das bei den Innsbruck-Vater. Da, darf ich einen neuen Witz bringen. Was bleibt mir denn anderes übrig? Ich kann auch nichts, äh, anderes machen, oder? Und dich jetzt irgendwie davon abhalten. Äh, weg. So. Wir stehen hier im Weg. Äh, Innsbruck. Go. Okay. Da ist der Solaris, meine Damen und Herren. Da ist er, da ist er, da ist er. Von der guten alten Rheinbahn. Äh, äh. Ähm. Ich kann nichts dagegen machen. Wow. Wenn ich den Motor anschalte, geht die Handbremse raus. Bremshalt. Haben wir jetzt genug Bremsdruck? Sehr gut. Wow. Was mache ich falsch? Äh. Warum, warum gibt der Bus eigentlich selber auf? Äh. Aha. Meine Fresse. Oh Mann. Festscheidbremse mit, ähm, Punkt. Funktioniert ja nicht. Was mache ich falsch, Alter? Ähm. Das ist die... Wenn ich die Elektronik anschalte, funktioniert die Bremse nicht mehr. Leg. Oh. Ja, bei mir auch. Äh. Äh. Oh, oh. Alles wieder da. Einfach einmal F5 drücken. Ja, bei mir ist der Stream gerade auch abgestürzt, aber er ist wieder da. Alles wieder da. Da war garantiert YouTube mal wieder weg. Ich hasse das ja. Ach, ne. Äh. Sorry, Leute, aber um sie streikt. Das ist so eine Bitch, das Spiel. Nicht 14 Uhr, da bin ich ja schwimmen. Ja, keine Sorge, der geht dann auch bis abends. Irgendwann. Keine Sorge, kein Stress. So, irgendwie hat sich das Ganze jetzt hier langsam in so einem Wartedingens, äh, gestellt. Das ist grausam einfach. Ich finde es echt grausam. Stream heute schon. Ne, darf ich nicht. Äh. Wann kommst du, Stream, Alter? Sag mir, du Opfer, sonst ich dich messern. Läuft. Äh. Du LKW, du Spass, warum fährst du nicht darum? Egal. So. Jetzt habt ihr doch wieder euren Willen bekommen, ne? Drecksäcke hier. Rette. Ich hab keine Ahnung, was die... Oh, da steht's ja. 2-0. 0-2-1. Entschuldigung. Äh, Linie 1-0. 2-1-0-0. Äh, Route 97. Route 97. Was sagte Knecht Ruprecht immer, kurz bevor sie losfliegen mit dem Weihnachtsmann? Die Route wird berechnet. So. Mh. Mh. Guten Tag, Robert RW. Leck. Ja. Schnee. Nein. 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 Einfach nur. Nein. Regen, ja. Regen, ja. Das ist schon rutschig genug. Äh, Schmuddelwetter. Oh, je. Ey. Nee.